Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal was anderes. Ich habe das bei einer anderen YouTuberin gesehen. Das hat sie vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, glaube ich, gemacht. Und ich fand das recht spannend. Sie hat mit so einem Acrylicstiften Bilderrahmen mit Lineart verschönert. Und ich fand das Tatsache sehr, sehr schön und habe gedacht, das muss ich mal ausprobieren, ob das so funktioniert, so leicht eben auch. Ich möchte euch ja auch Dinge zeigen, die relativ gut umzusetzen sind, wo man auch nicht ganz so viel braucht. Ich habe jetzt den Acrylicstift in Weiß von Edding. Und ich muss dazu sagen, so ganz gut finde ich nicht. Und dementsprechend habe ich den dann in Gold ausprobiert. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen mitgekämpft mit dem weißen Stift. Und dadurch war das nicht ganz so einfach. Ihr seht schon. Aber wie gesagt, die Mietsegatze habe ich eben in Weiß noch gemacht. Und ich habe noch ein zweites Bild. Das look da unten schon hervor. Aber wie gesagt, das Weiß, das hat nicht so schön gedeckt. Ich weiß nicht, falls ihr irgendwie eine andere Marke findet. Vielleicht lag es auch an meinem Stift selber. Ich habe unheimlich oft geschüttelt. Ich habe gedrückt. Ich habe gemacht und getan. Aber auf jeden Fall, das Prinzip ist, man hat einen Bilderrahmen. Und diesen Bilderrahmen, da nimmt man die Glasscheibe davon heraus. Und legt ein Bild darunter, was man gerne, wie ab Pausen ist das ja. Ich habe mir dann eben zwei Lineart-Motive rausgesucht. Das war jetzt einmal die Katze und einmal, wer mich kennt, eine Kaffeetasse mit Musik. Für mich ist Kaffee und auch Musik einfach auch eine Leidenschaft. Die Katze habe ich so ein bisschen als Testkarnickel genommen, da ich vielleicht auch gerne Geschenke machen möchte damit. Und genau. Ja, dann habe ich noch so ein paar kleine Punkte und Sternchen gemacht, damit das alles so ein bisschen voller aussieht. Ja, und dann kam die große Herausforderung. Ich habe mir so eine Kartoffelsäcke gegogelt. Die mussten dann dementsprechend dem Bilderrahmen angepasst werden. Das war gar nicht so einfach, aber irgendwann hatte ich dann die Dreh-Tatsache raus. Habe so ein bisschen wirklich, ich habe einmal zu wenig abgeschnitten gehabt. Also dadurch, da war dann leider, den hebe ich mir jetzt für einen kleineren Bilderrahmen auf. Ich habe noch ein paar kleine da. Und aber die größeren Stücke habe ich dann eben, da habe ich so ein bisschen anders abgemessen und habe dann eben dementsprechend auch größere Stücke da rausbekommen. Es war mir nicht so bewusst, dieses Ganze, der Stoff hat so ein bisschen sich immer wieder verzogen gehabt. Dadurch passte das dann irgendwann nicht. Ihr seht schon, eigentlich für jeden wahrscheinlich auf den ersten Blick zu erkennen, das Ding ist zu kurz. Und aber gut, man probiert sich ja aus. Und ich hatte genug Stoff und ihr könnt auch komplett anderen Stoff nehmen, was aber auch vollkommen okay ist. Ich fand jetzt die Variante auch nicht schlecht und hatte eben diese jetzt da und habe dann jetzt eben ausprobiert, das dann reinzumachen. Wie gesagt, da habe ich jetzt festgestellt, Merck, das war zu kurz. Also dementsprechend lieber ein bisschen großzügiger. Ihr könnt das nach hinten so ein Stück weit umlegen, dass das halt besser funktioniert. Und aber, wie gesagt, seid großzügig damit. Und genau, also dadurch ist das halt eine unheimlich schöne, auch sehr schnelle Variante, ein Geschenk zu basteln. Es gibt so unglaublich viele tolle Motive als Lineart. Und wie gesagt, ich habe noch etliche Ideen, wie ich das gerne umsetzen möchte. Ich werde bestimmt auch mal ausprobieren, das Ganze mit Fotos zu machen, also ein Lineart so ein Stück weit selber zu machen, was ich halt auch sehr spannend finde. Bin gespannt, ob ich das irgendwie dann mal hinbekomme. Ihr werdet sehen, ich nehme euch natürlich selbstverständlich wieder mit. Und aber ansonsten, denke ich, ist das auf jeden Fall eine schöne Variante. Ich habe jetzt für die zwei Sachen, die ich dann gemacht habe, habe ich circa eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Je nachdem, ich habe jetzt nur minimal was rausgeschnitten, habe jetzt aber eben auch den Turbo angemacht, damit das einfach, es ist halt irgendwann, also mir geht es zumindest so, wo man denkt, oh ja, nur mach mal und ich habe ja wirklich bei manchen ein bisschen rumgefummelt mit dem Stoff und deswegen habe ich da jetzt einfach so ein bisschen den Turbo reingemacht. Und genau, also so im Schnitt für die zwei Bilderrahmen habe ich jetzt, wie gesagt, halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Und ich finde die Ergebnisse auf jeden Fall sehr schön. Genau, wenn euch das gefällt, diesmal ist es ja ein relativ einfaches Tutorial, finde ich. Also wie gesagt, ich bin ja auch kein Profi, deswegen meine Sachen sehen nicht immer so toll aus wie vielleicht bei anderen. Aber ich finde, das ist ein echt schönes Möglichkeit, da jetzt irgendwie was zu machen. Ich habe jetzt nochmal versucht, dann eben das Ganze nochmal nachzubessern, damit es halt mehr weiß wird. Aber so richtig hat es nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das war dann jetzt auch okay und konnte ich halt auch nicht mehr ändern. Aber ja, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich Edding so jetzt nicht mehr nehmen. Vielleicht würde ich auch einfach einen dickeren Stift nehmen. Weiß ich nicht, ob der jetzt vielleicht auch einfach zu fein war. Aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Werdet euch, wie gesagt, nochmal mitnehmen dabei und euch dann natürlich auch die Ergebnisse zeigen. Und dadurch, genau. Ansonsten, wenn euch, wie gesagt, das Video gefällt oder auch der Kanal, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Ein Abo, ein Kommentar. Ich freue mich sehr drüber. Das ist für mich immer eine sehr große Freude, wenn ich merke, da kommt ein Abonnent dazu oder ein Daumen nach oben ist da. Ein Kommentar, was man vielleicht eben, was wollt ihr vielleicht gerne sehen. Hinterlasst mir da gerne eine Info. Ich versuche das gerne umzusetzen. Habe jetzt auch nochmal für das Epoxidharz was bestellt. Ich freue mich sehr drauf. Und genau. Also dementsprechend hier seht ihr erstens meinen Fensterblick. Da seht ihr auch meine Kamera, wie sie da steht. Und aber eben auch das Ergebnis. Und wie gesagt, ich finde es persönlich sehr, sehr schön. Und ist es wirklich sehr wert, da jetzt dann dementsprechend auch das Ganze nachzumachen. Ja, hier geht es jetzt um das zweite Bild. Wie gesagt, das ist eine Kaffeetasse und eine Musiknote bzw. den Violinenschlüssel. Nicht, dass ich gleich korrigiert werde. Ich mag ja Musik sehr. Ich gehe halt sehr viel auch gerne abends mal weg in kleine Clubs, kleine Bars, wo dann Livemusik stattfindet. Und das erkennt man auf meinem Kanal eben auch. Und dadurch ist es für mich halt sehr, sehr wichtig. Ich selbst nehme zum Beispiel auch Keyword-Unterricht und Gesangsunterricht. Und wobei Gesangsunterricht hat jetzt gerade erst angefangen. Und da bin ich gespannt, wie es sich so entwickelt mit dem Lied. Und ja, ihr seht, ich habe mit dem Weiß angefangen, um auf das Bild nochmal drauf zurückzugeben. Es ging, man sollte es nicht trocknen lassen, aber es ging dann doch relativ schnell auch wieder abzuwischen. Es war nicht so leicht. Und wie gesagt, ich habe mich dann letztendlich für den goldenen Ton entschieden, der einfach wesentlich besser war. Also der hat auch vom Stift her wesentlich besser gehalten. Und dadurch probiert euch da gerne mal aus. Ich habe auch noch Pastellstifte, die ich dann gerne nochmal ausprobieren wollte, um dann das Ganze schöner zu machen. Wie gesagt, ich habe es jetzt reingeschnitten bzw. drinnen gelassen, weil ich glaube, dass man eben auch immer mal sehen sollte, dass nicht alle Dinge so funktionieren, wie sie sollten. Und dadurch eben, dass ich halt auch mehrmals jetzt eben wegpoliert habe, also dadurch, ich möchte euch da nichts vorenthalten. Es ist nicht alles leicht und manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Und Basteln soll ja auch Spaß machen und da einfach eine gewisse Gelassenheit entwickeln. Ich weiß, das ist leicht gesagt. Das ist wie, wenn man auf Arbeit sagt, ich möchte jetzt viel geduldiger sein und um dann festzustellen, wenn ein Programm nicht funktioniert, dann wird man schnell ungeduldig oder wenn der PC ausnahmsweise mal richtig langsam ist, denkt man, um Gottes Willen, ich will nach Hause. Also und dementsprechend, also aber trotzdem, ich glaube, Basteln ist einfach nur wunderschöne Art, um so ein bisschen den Alltag wegzupacken und einfach mal was anderes zu machen. Und dementsprechend habe ich dann eben mit ganz viel Geduld meine Musiknote, meinen Violinschlüssel dann dementsprechend gemacht. Und ich wollte erst, ich weiß nicht, wer sich mit Leinart schon mal beschäftigt hat, Leinart heißt ja eigentlich, dass man es innerhalb einer Linie so macht. Aber ich habe festgestellt, das bekomme ich nicht hin. Dafür bin ich, ich will jetzt nicht sagen doof, aber ich glaube, dafür ist meine Grobmotorik halt zu ausgeprägt und habe dann dementsprechend das Ganze so in meiner Art gemacht. Und eben nicht alles in einem Rutsch mit einer Linie und ich finde das Ergebnis, wie gesagt, sehr, sehr schön und ich hoffe, ihr probiert das gerne mal aus. Ihr dürft gerne, ich gucke mal, ob ich euch verlinke auf Instagram, ihr dürft mich gerne verlinken, wenn ihr es gerne ausprobiert. Ich habe die andere YouTuberin auch verlinkt. Ich gucke mal, dass ich euch den Kanal auch verlinke. Sie heißt Kalli Cassie. Sie sagte mal so ganz zu Anfang, hallo Kalli Crew. Und sie bastelt unheimlich viel, entwickelt sich aber eben halt auch unheimlich weiter. Also eben nicht nur DIYs, sie macht eben mittlerweile auch viele andere Sachen und zeigt eben auch andere Sachen. Hat jetzt gerade einen Vlog hochgeladen von ihrem Bali-Urlaub und dementsprechend gerne da mal vorbeischauen. Ich finde den Kanal sehr schön, ich lerne sehr viel, ich kriege viele Ideen auch, die ich halt gerne mal ausprobiere. Und genau, dementsprechend, wie gesagt, ich hoffe, ich vergesse es jetzt nicht. Solltet ihr den vermissen und ich habe es vergessen, bitte gerne daran erinnern und in die Kommentare schreiben. Dann hole ich das auch nach, nur falls ich es vergessen sollte. Ich schaue übrigens mit vielleicht einem Vlog, ich gehe morgen eben auch, ich mache eine Führung im Plänterwald. Ich vermute mal, wer, also morgen ist bei mir Sonntag, ich drehe heute Samstag und habe dann dementsprechend, wer Berliner ist und Ostberliner ist, der kennt den Plänterwald, den Spreepark und das war zu DDR-Zeiten ein Ausflug immer wert. Und genau, und der ist ja ziemlich, der ist ja schon seit etlichen Jahren jetzt geschlossen und ich gucke mal, ob ich da ein paar Aufnahmen machen kann und darf und dann vielleicht packe ich das mit rein. Also ich hoffe es natürlich, es sei denn, die sagen jetzt, nee, ist nicht erlaubt, dann ist das natürlich auch okay. Dann respektiere ich das und freue mich, dann das einfach mitzusehen. Aber ich schaffe mir immer gerne selber Erinnerungen, falls jemand das kennt. Viele schimpfen ja so drüber, dass viele Leute jetzt nur noch filmen. Ich mache eine gute Mischung und ich kann halt filmen und zuhören oder genießen, kann ich gleichzeitig aufgrund dessen, weil ich immer mittlerweile sehr fit bin, wie man erstens unauffällig bestimmte Sachen macht und dementsprechend dann also das auch so funktioniert. Also ich kann beides. So, jetzt bin ich gleich fertig und ihr seht schon, diesmal habe ich ein bisschen viel drüber gelassen. Ich habe dann etliches noch weggeschnippelt und gemacht und getan. Es war, wer übrigens gegen Staub oder ähnliches allergisch ist, der sollte das unter Umständen mit einem anderen Stoff machen. Das bietet sich auch an, da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele andere. Ich fand die Struktur jetzt vom Nebenstoff eben auch ganz gut. Und dementsprechend ist hier das Ergebnis. Das Gold, es ist sehr unscheinbar, finde ich, und dadurch hoffe ich, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, der ist nicht ganz so warm für euch und bis bald! Ich hoffe, der ist nicht ganz so warm für euch und bis bald!